Wir wollen den Brasilianern zeigen, dass wir auch Strand haben, aber wollen gleichzeitig das Lebensgefühl der Brasilianer hier nutzen, um ein bisschen mehr Deutschland nach Rio zu transportieren. Mein Name ist Harald Klein, ich bin Generalkonsul Deutschlands hier in Rio de Janeiro. Der Strand ist für die Cariocas fast heilig, kann man sagen. Sie finden das ganz toll, dass ihnen am Strand eine Möglichkeit geboten wird, deutsche Musik zu hören, deutsches Essen zu genießen und dafür keinen Eintritt bezahlen müssen und nicht irgendwo durch größere Kontrollen zu gehen, sondern ganz offen zu kommunizieren, so wie sie das gewohnt sind. Mein persönliches Energielevel, also ich muss schon sagen, es war schon sehr olympisch in den letzten zwei Wochen. Ich gehe noch nicht auf dem Zahnfleisch, aber es ist schon kurz davor. Die Brasilianer sind schon auf diese großen Events eingestellt. Das verläuft nicht immer ganz so organisatorisch koordiniert, wie wir uns das in Westeuropa vorstellen, aber letztendlich funktioniert. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020